Also, die meisten wissen ja, ich hatte ja schon einen Herzinfarkt, ich hatte alles schon. Ich bin also wirklich am Ende. Aber jetzt muss ich ein Stück singen und das Spiel macht mir ja nicht viel aus, das ist also überhaupt kein Problem, soweit. Aber dieses Singen, was brauchst du denn anschauen, weil ich kann es nicht singen. Achso, er kann es nämlich auch nicht singen, weißt du? Das wäre natürlich toll, wenn wir jetzt unten im Publikum jemand hätten, der mindestens so singt wie Lemmy, kann das jemand? Kein Mensch kann Lemmy singen, bloß der Mufta. Außer der Mufta, das glaube ich nicht. Der muss ja ausschenken, das ist viel, viel wichtiger. Mufta, bist du noch da? Oh scheiße, jetzt kommt er gleich raus. Okay, also, ich möchte mich doch ganz herzlich bedanken bei unseren Freunden hier, Michael und so, die sind alle da und natürlich ganz besonders freue ich mich, meine Vermieterin, die mir meinen letzten Traum verwirklicht hat, einen Bauernhof von ihr zu mieten, unsere Charlotte. Bitte schön, danke dir. So, wenn du das singen magst, dann bitte, dann bitte. Ehrlich? Aber du kannst das nicht singen. Okay. Ich probiere es dann einfach, wenn niemand bereit ist. Doch, doch bloß ausziehen. Und das ist auchizegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020